Hi, ich bin der Sebastian. Willkommen beim Fitzemeier im Kirschacker. Wir machen heute ein 45-minütiges Athletiktraining mit Team Nika aus Heidelberg. Die Jungs haben heute hier auch ein bisschen schwitzen und gezeigt, dass sie außer Schwimmer, Radfahren und Laufen auch noch ein bisschen was können. Und gezeigt, dass die Einheit heute auch ein bisschen wichtiger ist, dass sie nicht dranbleiben. Kurz, aber knackig. Ja, so ein Verbot gemacht. Der motivierende Coach ist. Alles in allem. Top. Hallo, mein Name ist Rainer Fuchs. Ihr seht jetzt einige Einblicke in meiner Cyclingstunde mit dem Team Nika Heidelberg. Ja, wir freuen uns wieder beim Fitzemeier zu sein, unserem Kooperationspartner vom Team Nika Heidelberg. Der in unserem Viertel- und Trainingsalltag mal wieder Abwechslung bringt. Wir sind heute beim Spinning da und das bringt mit Stimmung und Musik einfach die Abwechslung, die wir brauchen zu unserem ständigen, einstündigen Radtraining. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ир助 пом atra contokiert. und überbinden. Vielen Dank.